Wenn ich jetzt das Ding nehme, da steht Red oder Rad, whatever, 2. Heißt das jetzt dann, ich verliere die zwei Dinge oder ich bekomme die zwei Dinge dann zu? Weil dazu will ich die jetzt auch nicht kriegen. Also ich schätze mir schon, das heißt, ich kriege die weg. Aber egal, wenn mich jetzt nochmal so eine scheiß Kakerlake anflickt und ich bekomme jetzt nochmal, das ist das Fleisch, genau. Ich bekomme nochmal Red dazu, dann nehme ich einmal die Hubblume und hoffe auch, dass ich die Kakerlake dann wegbekomme, weil das wäre eigentlich doof, wenn ich die dann dazu bekommen würde. Obwohl es eigentlich logischer wäre, weil sie ja die ganze Zeit draußen war und die Strahlung vielleicht abbekommen hat. Also es kann schon sein, dass ich die dazu bekomme, die Red, und nicht verliere. Aber bin mal gespannt. Bin mal gespannt. So, YumYum, russische Eier. Luca Cherry, passt. Alles klar. Ja, und hier sieht man das TP. Grün ist es und ganz bisschen Rot. Also wenn es nur Grün ist und es ist nix Rot, dann verliege ich es einfach so die Gesundheit. Und Rot ist anscheinend, ich bin ein bisschen nuklear infiziert. Mhm, ich verstehe es. Aufbereitetes Wasser, das ist gut. Aufbereitetes Wasser heißt, es ist kein einziges bisschen nuklear. Schönes Ding. So, wollen wir das doch haben. So kann ich hier durch. Okay, gibt es hier sonst noch was? Die Räume sind alle komplett leer, weiß keine warum, aber okay. Koffer. Die kann ich, die kann ich, okay. Ja, ich weiß schon, wie das geht. Es ist nur übelst schwer. Oh Mann, der Meter. Ja, super. Seht sich gut an. Geil. Eine Haar-Klammer verbraucht und passt schon, super. Okay. Ja, ich sage, es ist überschwerend. Ich bräuchte viele Haar-Klammern. Ich brauche viele Haar-Klammern. Es gibt keine Haar-Klammern im Moment. Kommode ist nix. So, okay. Bin ich mal gespannt, ob ich dann, wenn ich hier die Kacke auch verbessern kann, ob dann das Haar-Klammern-Ding, also ob das dann ein bisschen einfacher irgendwie ist. Ja, ja. Mal schauen, so gibt es irgendwas. Wird die irgendwas zum holen oder so? Hund? Äh, ne. Versteckt, ja super. Okay. So, äh, wo ist unser Haus? Also, wo ist unser Haus? Dort hinten, okay. Da muss ich hin. Passt. Da gehen wir hin. Das ist was. Und den waren wir gerade. Okay. So. Irgendwo verkackte Kakerlaken. Ne, sieht gut aus. Okay. Tafelmesser. Entsperren. Oh Gott, ich hab das Gefühl. Ja, Passwort. Fuck. Okay, wenn man mit einem möglichen Passwort drückt, kann man es einzugeben, ist ein gewähltes Passwort nicht richtig. Wird die Zahl der richtigen Buchstaben, sowohl Position als auch Buchstabe selbst, auf dem Bildschirm angezeigt. What the fuck. Nicht richtig. Wird die Zahl der richtigen Buchstaben? Die Zahl wird, okay, angezeigt. Und auch die Position als auch Buchstaben. Boah, legt mich. Um Gottes Willen, okay. Nochmal Keep. Zugang verwert. Treffer einer. Keep. Keep. Ja, wird ein Treffer. Ein Treffer. Wie viele Treffer es gab? Ein, okay. Okay, dann schätze ich mal, äh, noch eins mit einem K. Das ist aber auch hier ein Scheiß. Äh, was weiß ich. Team. Team Keep. Team Keep. Team Keep. Sag ich doch, guck. Das war ein Falscheintrag. So bekam ich, äh, noch ein Ding dazu. Nice. Nice, 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 nice. Ich, genau, ich, glaube ich, ich hatte vorher zwei, jetzt halt wieder drei. Okay. Äh, Keep. Das ist alles mit Ehe, das ist doch scheiße. Ich hab's, West. Geil. Okay, so lang es so ein Steak ist, glaube ich. Ich glaub, ich glaube. So, Glück ist unser, unser Geschäft. Das sind Orte, oder was? Okay. Biker. Rosa. Chahani. Russell. Das sind, doch, das sind Orte, ja. Concord. O'Keeffe. Keine Ahnung, ob das Menschen sind, oder ob das auch Orte sind. Aber ich glaub mal, das sind Menschen, könnte sein. Vielleicht, vielleicht, haben die Menschen in den Orten gewohnt. In Boston. Ja, das sind, ich glaub, das sind Menschen. Isaac. Mhm. Okay. Und sonstiges. Malcolm. Und, witt, wie? Du, da, dutch, 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 dutch. Okay. Passt. So. Okay, ich glaub, ich kapier das jetzt. hier entschärfen wird wird vater für gruppen so dass wirkt hätte ich doch nur ja klammer ja ich hab keine klammer ich weiß bierglas gartenstuhl über eine taschenuhr ich weiß nicht kann ich kann ich auch die ganze dinge dann mal verkaufen auch warum es hier ja in einem bad ist ein bad ist eine pistole muss ich verstehen warum das wollte ich sagen ob man hier die dinger verkauft kann auch vielleicht gibt es ja auch ein händler später oder so noch ich hoffe mal dann wenn ich das wenn ich das schon vor wüsten würde wissen würde dann kann ich auch schon scheiße ohne ende mit dem oder dann einfach die ganze zeit immer verkaufen ich habe keinen plan ob es den händler gibt ich hoffe mal schauen aber trocken ist nichts drin kein gewand oder so okay aber ich glaube ich dass sowieso ein bisschen aber es wirklich gutes finde also ich denke das kann ich jetzt wirklich tragen dass ich aber mein wort tag ding an so hier waren wir drin sondern mit datieren da okay da können wir nichts machen weil das ist eingestützt da ist schon mal klar okay da kann man nichts machen gut ja okay das haus hat sich erledigt okay können wir nicht immer das hier machen und ja ich hab dich gesehen du schwule sauerkopf penner vielleicht brauchen wir nicht ich vergesse auch jedes mal warum nervt mich nicht warum nehme ich nicht mein schlagsflug einfach raus es wird ich probier es mal mit mit dem hubblumen red 5 ich bekomme doch die dinge dazu ich bekomme doch die dinge dazu ich bin ja jetzt mal mit dem hubblumen boom plus 2 red also doch ich bekomme doch die dinge dazu aha ich bekomme doch die dinge dazu aber ein bisschen gesundheit gewinne ich aha ich verstehe das aber nirgends red ja wie bekomme ich dann das red komplett wieder weg wie bekomme ich die dann komplett wieder weg also vielleicht wenn ich irgendwas anderes finde wo dann steht also red minus 2 oder so muss ich wahrscheinlich suchen kann ich mir denken ich weiß es aber nicht leere mitflasche die bringen mir nix das könnte ich mir vorstellen oh manometer oh manometer ok oder ich finde halt nochmal ein Wasser oder so aber hier wird es echt schlecht sein irgendwo was zu finden Captain Kosmos und sein Affe ok Vorkriegsgeld ja Angel ja die brauchste ok Kerze kerze mhm 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 geht der ja da dachte ich mir dass der nicht geht eigentlich ok so hier haben wir alles so gut wie halt das Haus ist komplett eingeschützt da kann ich nix machen ok hier hinten das war das Haus und hier ist Kotzworf perfekt aber ich würde ganz gern trotzdem noch zuerst das Haus hier begutachten ok ach genau hier in Kammerwerkstatt und hier kann man ja hier kann man schöne alte Dinger craften das wird dann auch richtig lustig das wird dann richtig lustig ja man kann auch ein bisschen so Minecraft mäßig und die ganze Kacke machen also so ich glaube man kann sogar Häuser machen bin mal gespannt wie das dann wirklich wird weil soweit war ich dann auch noch nicht bin mal gespannt oh manometer ich bin auch mal neugierig wie viel folgen es werden weil das wäre sicher so mindestens hundert oder so wenn nicht mehr also ich bin gespannt ich bin sehr gespannt hä bisschen leuchtet die Kerze so obwohl die aus ist hm also vielleicht wegen der Sonne oder so könnte gut sein so was haben wir hier oh ja h-klammer h-klammer boom was weiß ich was geiles ding h-klammern beste stuhlschrank leer 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 okay okay gut ich glaube wir haben es so gut wie alles durchsucht für den Moment mal und jetzt gehen wir so kurz vor kurz vor hey wie geht's scheiße das die Möglichkeit ja das ist die Möglichkeit du bist es wirklich es steht es steht sie sind aber er sagt du bist okay das kann nicht sein alles im tod du bist noch hier was ist passiert katz was ist mit der Welt passiert mit der Welt Sir außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind ist es hier leider unglaublich eintönig es wird viel aufregender sein wenn sie und ihre Frau wieder da sind wo ist ihre bessere Hälfte überhaupt oh man hm ich kann nicht tot und sie haben sie getötet an einem besseren Ort sie haben sie getötet so was sie da sagen diese schrecklichen Dinge ich ich glaube sie brauchen Ablenkung ja eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme wir haben so lange schon nichts mehr mit der Familie gemacht da oder vielleicht eine Scharade schon liebt das ha ha ist der Junge bei ihnen mhm mhm ist er nicht äh sagen wir mal wegnommen vielleicht hat Kotzwerf ihn gesehen hör mir genau zu hast du ihn gesehen hast du Sean gesehen ihre Frau hatte ihn wissen sie noch vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen um einen Termin zu spielen zu vereinbaren sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück bist du dumm ich habe gerade gesagt meine Frau ist tot und dann wird sie zurück sein äh ja ja schon wurde entführt aber ich finde ihn ich werde meinen Sohn zurückholen es ist schlimmer als gedacht sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor ähm mir geht es mir geht es gut egal wie lange es her ist ich fühle mich gut eigentlich etwas mehr als 210 wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrichtet das heißt sie kommen zwei Jahrhunderte zu spät zum Essen vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgerubert. Ja. Na mal. Enthalten die Leute. Enthalten die Leute. Du kannst versuchen die leider zu überreden. Sieht ihr. Überlassen. Mhm. Gelb ist einfach. Oranches mittelrot ist schwer. Okay. Hat es Ihnen die Sprache verschlagen, Sir? Okay, erhöht ein Grüß mal. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Ich, ich, oh Sir, das war schrecklich. Zwei Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, den man dient. Die ersten zehn Jahre habe ich die Böden gewohnt. Aber atomaren Fallouten kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Oh Mann, oh Mitter. Ähm. Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte, wenn ich sie und ihre Familie wären... ...tod. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, ihre Frau wollte es ihr hinschenken. Als Überraschung. Ja, Madame. Tja, ist alles geschehen. Okay, ich schaue jetzt hinzu, geholoband, okay. Hm. Um.